Die Ergebnisse der aller, 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 allerersten Bavarian Race Spiele in der Jahrhalle 2 bei den Schwabachern. Nicht ganz unerwartet Bartonitz, Jean-Luc Bartonitz mit TV 848 Erwangen auf Platz 1. Aber tatsächlich ein Spiel verloren. Auf Platz 2 Fritz Daniel-Fitz Dachlhofen, 3. Platz Weiß-Geralt, Alt-Ecklobsheim, 4. Platz Stefan Dressel, Geraltshofen, 5. Kärnlhofen, Klickler, Neuhofen an der 10. 6. Fischer Florian, 7. Schiller Michael, das ist noch ein bisschen enttäuschend, oder? Achter, noch nicht ganz wach. Achter, Sperrbeter, der kann es doch eigentlich auch besser. So, naja. Und 9. Michael, 4. und 13. Schwabach. Torreich ist schlusslich wieder einmal. 300 Stunden stand ich hier von Ziffert im Unterastbach. Ein Spiel gewonnen. 2. 2. 3. 2. 3. 4. 3. 4. 5. 5. Vielen Dank.